Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Unreal Engine. Heute geht es um den Content Browser. So, was wir hier sehen ist, dass ich den Content Browser hier drüben plötzlich drin habe. Das liegt daran, dass ich schon mal das Video aufgenommen habe und ja. Auf jeden Fall, was wir jetzt als erstes mal machen ist, wir schieben uns diesen Content Browser einfach mal so ein bisschen hin und her. Also ihr könnt hier wirklich Widget Party machen. Ihr könnt alle Elemente hier drin verschieben, wo ihr sie gerade wollt. Und was ich ganz gerne mit dem Content Browser mache, ist ich klatschen hier oben neben die Modes. Die Modes sind nämlich eigentlich auch sowas ähnliches wie der Content Browser. Die liefern mir auch einige Dinge, die ich hier reinziehen kann. Und deswegen mag ich die normalerweise eigentlich ganz gerne neben dem Content Browser. So, was wir hier sehen ist als erstes mal, dass wir hier extrem viele Möglichkeiten haben. Das ist quasi so eine halbe Ordnerstruktur. Eigentlich ist es eine komplette Ordnerstruktur. Und ja, wir können damit machen, was wir auch mit normalen Ordner machen. Also wir klicken hier einfach mal drauf und dann können wir hier diese Unterordner uns angucken und die sind eigentlich ganz gut gelabelt. Was wichtig ist, ist, dass ihr beim Projekt erstellen den Starter Content mit reingenommen habt. Sonst habt ihr diesen Ordner Starter Content überhaupt nicht zur Verfügung. Das bedeutet, ihr habt jetzt hier keine Möglichkeit, diese ganzen Dinge reinzuziehen, die wir aber brauchen. Okay, so, was wir hier alles zur Auswahl haben, ist ziemlich geil. Und zwar zum einen mal zum Beispiel Architektur. Das heißt, wir können hier einfach sowas wie einen Boden reinziehen oder sowas. Einfach so per Drag & Drop, wie wir es im letzten Video auch schon gemacht haben. So, und ja, jetzt können wir hier eigentlich das Ding auch wieder ganz normal hin und her schieben. Zum Beispiel hierher. Und können es dann natürlich auch drehen oder skalieren oder sowas. Können damit eigentlich quasi machen, was wir wollen. Also im Ordner Architektur werdet ihr logischerweise irgendwelche Architekturobjekte finden. Wohingegen im Ordner Audio, da werdet ihr irgendwelche Audios eben finden. Also zum Beispiel eine Explosion ist höchstwahrscheinlich eine Explosion. Die Namen sind hier relativ viel aussagend. Wie man mit Audio umgeht, werden wir noch mal anders sehen. Keine Sorge. Blueprints machen wir dann, wenn es soweit ist. Unser HDRI findet ihr aber auch nur so ein paar coole Bilder. Was aber noch ziemlich wichtig ist, sind hier gerade die Materials. Und die Materials, das sind sozusagen Dinge, die ihr hier einfach draufziehen könnt. Auf diese Objekte, die ihr hier schon habt. Und die euch dann sozusagen Farbe oder auch einfach ein Aussehen liefern. Okay, wenn wir dieses Ding jetzt hier anmarkieren und dann einfach hier draufziehen. Dann sehen wir, dass der Boden plötzlich so komisch, ja, materialförmig eben wird. Also wir ziehen einfach das Aussehen von dem Ding auf den Boden drauf. Und ich finde, das ist ziemlich stylisch. Der pulsiert ja sogar. Hammer. Naja, auf jeden Fall habt ihr da sozusagen was draufgezogen. Und wenn wir jetzt hier mal in den Detail oder Details Teil hier schauen, dann sehen wir unter Transform, dass wir hier ein Static Mesh haben. Das ist dieser Floor 400, 400, den wir hier reingezogen haben. Wenn wir jetzt hier auf diese Lupe gehen, dann kommen wir sofort wieder im Content Browser hier drüben auf das passende Feld. Das heißt, wir müssen nicht Ewigkeiten suchen, sondern wir können hier einfach, ja, wir können direkt hinspringen sozusagen. Genau dasselbe ist es bei den Materialien. Wir können hier einfach auf diese kleine Lupe springen und landen dann sofort im richtigen Ordner hier drüben wieder. So, ziemlich cool. Was wir auch noch machen können ist, wir können hier Filter einstellen. Das heißt, wenn wir jetzt hier einfach nur in den Ordner Materials gehen, dann haben wir extrem viele Materials. Das ist ein bisschen doof, weil wir ja da logischerweise auch noch mehr machen wollen. Das heißt, wir können, sagen wir mal, wir wollen hier jetzt dann das nächste Feld ist Gras. Und dann wollen wir uns aber nicht hier komplett durchsuchen, weil wir vielleicht noch ein paar selbst kreiert haben oder sowas. Und deswegen gehen wir hier oben einfach in die Suche und geben Gras ein. So, und dann haben wir hier schon quasi das, was wir brauchen. Einfach ein Gras. Das können wir hier auch draufziehen. Und plötzlich haben wir hier einfach ein Gras, eine Grasfläche kreiert. Sehr geil. Macht natürlich auch sehr viel Sinn. Vor allem, wenn wir hier in den Content Ordner gehen, dann kriegen wir alles, was mit Gras zu tun hat. Und, ja, wir sehen, dass das jetzt gerade nicht richtig funktioniert hat. Warum? Ähm, ja, jetzt hat es funktioniert. Okay. Wollte gerade sagen, warum, weiß ich selber nicht genau. Werden wir dann aber auch noch angucken. Aber ja, jetzt hat es funktioniert. Okay. Ähm, wie das Ganze funktioniert hat, werden wir uns dann noch irgendwann angucken. Aber es dauert ein bisschen, bis es da ist. Okay. So, wenn wir jetzt hier Gras haben, ist es vielleicht ein bisschen unpraktisch. Ich gehe jetzt hier mal her und tippe Floor ein. Dann kriegen wir hier nicht nur den Floor, den wir hierher gezogen haben, sondern wir kriegen gleichzeitig noch, ähm, Basic Floor. Also quasi das Material dazu. Dann kriegen wir hier noch so einen Holzboden, einen aufpolierten Holzboden. Steht sogar in der Beschreibung. Ein Walnussholzboden und so weiter und so fort. Ähm, das sitzt vielleicht ganz praktisch. Aber wenn wir hier eine Milliarde Sachen haben, die mit Floor arbeiten, dann bräuchten wir hier vielleicht noch einen Filter, dass wir entweder dieses Static Mesh, also ein Objekt tatsächlich, eine 3D-Form dafür haben. Und wir bräuchten vielleicht noch einen Filter, dass wir hier diese Materialien finden. Und was wir dann machen, ist folgendes. Wir gehen einfach auf diese Filter und wählen aus, was wir hier gerade haben wollen. Hier unten habt ihr noch mehr Möglichkeiten. Die brauchen wir jetzt aber tatsächlich nicht. Uh, das ist ja mal interessant. Okay, ähm, egal. Auf jeden Fall hier einfach auf, äh, Static Mesh, dann kriegt ihr nur diesen Boden, den wir hier reingezogen haben, der Floor heißt. Das Ding hier hieß Floor. Während, wenn wir hier auf Filter gehen und dann auf Material, dann können wir gleichzeitig noch die ganzen Materialien angucken. Und hier oben haben wir die Filter, die können wir einfach an- und ausschalten. Das heißt, jetzt sehen wir nur die Materialien, jetzt sehen wir beides, jetzt nur die Static Meshes. Ziemlich cool. Okay. Ähm, ich kann jetzt hier auch wieder Rechtsklick drauf machen und sagen, Enable this only. Ich kann aber auch alle Filter deaktivieren, dann sind sie alle aus erstmal. Ich kann aber auch alle Filter entfernen. Das heißt, alle Filter werden entfernt. Einfach so. Okay, so, ähm, wenn ich jetzt hier auf Content klicke, bin ich immer noch hier drin, dass, die Suche kann ich einfach hier auch entfernen, kann ich auch zwischenspeichern. Ähm, genau. Das ist erstmal das Wichtigste hier. Ich kann natürlich auch weiterhin Ordner kreieren. Hier zum Beispiel in diesem Ordner drin, ähm, kann ich auch Ordner kreieren. Ich kann eigentlich alles machen. Ich kann hier auch dieses Ding umbenennen, duplizieren. Es, keine Ahnung, verschieben, kopieren. Ähm, ich kann sogar die C++-Datei angucken. Ähm, könnt ihr gerne mal machen. Ist ziemlich cool für die Leute, die es schon können. Ähm, genau. Also, ich habe hier quasi eine Milliarde Möglichkeiten, aber die Basics habe ich euch jetzt mal gezeigt und das sollte eigentlich auch erstmal reichen. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Lasst ein Like da oder einen Kommentar, wenn euch was gefehlt hat. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.